Ja, hallo ihr Lieben, küsse ich heute mal, Pater, Verhobstungscoach und Psychologe. Denkt dran, die neue Selbstverhobstungschallenge geht in die nächste Runde, könnt ihr noch mitmachen. Startet 1. März und genau. Genau, und wir haben noch ein paar Plätze bei den geplanten Seminaren, also Alltagesseminare in Berlin, Frankfurt und Hamburg. Da gucken wir gerade noch, wie viele da so zusammenkommen. Ja, heute wieder Datingfrage, mache ich die fucking Datingkurse auf libyship.de, sage ich immer wieder. Aber klar, in diesen Videos kann man natürlich auch mal Anwendungen auch dieser Kurse diskutieren, was das Ganze vielleicht ein bisschen klarer macht. Und hier haben wir heute wieder so ein Thema, wo die Progression, die Dating-Progression nicht so richtig vorangeht. Und wir schauen uns das mal an. Von Raschneskula. Lieber Herr Hemmschitz, zuerst mal danke für deine unermüdlichen Bemühungen, für ein bisschen weniger Toxi auf der Welt zu sorgen. Zu mir, ich bin Anfang 30, habe sechs Jahre in einer super ungesunden Beziehung gelebt und bin nur am absoluten, bis ich am absoluten Ende war. Bin dann in eine andere Stadt gezogen, neue Telefonnummer und seit zehn Monaten nur Kontakt. Kontakt. Sehr gut. Das tut richtig gut und ich wollte auch niemanden in diese Horrorbeziehung zurück. Ich mache brav deine Kurse, gehe zur Therapeute und bin auch in eine andere Selbsthilfegruppe. Ja, das wird alles auch seine Wirkung tun. Nur falls, weiß nicht, ob euch diese Zeiträume immer so klar sind, zehn Monate ist ja schon super, was dann eine Ex-Beziehung anbegeht, was diese ganze Liebeschipp-Umprogrammierung angeht. Ja, da kann man jetzt nicht erwarten, dass das in einem Jahr sich so alles erledigt. Das sind dann schon längere Zeiträume. Aber man kommt halt stetig voran. Vor der sehr langjährigen Beziehung war ich im Minuspro, wie es im Lehrbuch steht. Meine Beziehungsskills waren zum Haare raufen. Alles, was man nicht machen sollte, habe ich getan. Dann bin ich an meinen Meister geraten und schwupps, war ich im Plus. Genauso ungesund und gelitten wie Sau. Seit zwei Monaten lette ich wieder, befolge all deine Regeln und bin bisher auch nur auf die Schnauze gefallen. Allerdings ist mir das unerklärlich. Ja, man muss natürlich immer gucken, wozu kann man jetzt selber was und was ist einfach dieser völlig durchgedrehte Dating-Markt? Also wir merken das ja auch zum Beispiel bei Seminaren und so. Die Leute können sich nicht mehr oder viele Menschen haben unheimliche Schwierigkeiten, sich zu irgendwas zu committen, aus welchen Gründen auch immer. Also allein auf so einen festen Termin, also das wird immer mehr, das so angemeldet, abgemeldet, angemeldet, abgemeldet. Und das geht, glaube ich, allen so. Es geht nicht nur mir so. Und es fällt scheinbar an den Menschen immer, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht genau, woran es liegt, immer schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Oder man hat vielleicht auch immer Angst, dass man doch irgendwas anderes machen will. Oder beim Dating ist es auch so, so Committen für so einen Dating-Prozess, vielleicht kommt ja doch jemand anders und weißt du doch noch besser. Und ich weiß auch nicht, das sind echt interessante Prozesse. Also es liegt ja nicht immer, also wenn du zehn Leute datest und es war zehnmal, war es nicht das Richtige, das muss ja nicht an dir unbedingt liegen. Das kann auch daran liegen, dass man einfach zehn, zwanzig, dreißig Leute daten muss, wo es jemand dabei ist, wo es passt. Und ja, da braucht man schon ein bisschen Geduld. Ziel ist ja auch nicht, möglichst schnell wieder in eine neue Beziehung zu kommen, kann ich nochmal wieder sagen. Ziel ist, nicht in toxische Beziehungen zu kommen. Und solange man das vermeidet und du Deal-Breaker erkennst, hast du halt jetzt, genieß es, genieß es, daten, mach dir nicht so einen Kopf. Allerdings finde ich es unerklärlich. Denn er hat mich angesprochen beim Bouldern, hat sich mal eine Nummer gecheckt und das erste Date ausgemacht. Ja, das ist ja schon mal richtig gut, prima. Das lief super, war entspannt, lustig. Er pünktlich, zuvorkommend, in seiner Mitte ruhend. Nach zwei Wochen folgte Date zwei und drei. Auch hier wird die selber Situation, es war ein gelungenes Date, hin und wieder auch Berührung, aber kein Küssen und mehr. So, das sind jetzt, das ist jetzt alles, das sind alles keine Rap-Flags, ne? Also insofern gut gemacht. Aber, ich weiß, das sehen viele anders hier. Meiner Ansicht nach, drei Dates ohne Küssen ist für mich keine Dating-Progression, ne? Sag ich ganz ehrlich. Also klar, wenn jemand jetzt aus einer, wenn jetzt er auch aus einer toxischen Beziehung kommt und sagt, du, aber ich meine, ich hab sowas nie gemacht. Aber mal langsam angehen, wir lernen uns erstmal zehn Dates kennen und okay, aber das ist ja hier nicht der Fall. Das ist ganz normal, ganz normales Date in der freien Wildbahn. Der Typ hat dich beim dritten Mal nicht geküsst und die meisten Frauen, ja die meisten weiß ich jetzt nicht, aber viele Frauen verlieren automatisch das Interesse, wenn das nicht vorangeht. Und brechen von sich aus den Prozess ab, so, oder stecken den Mann in eine Friendzone, ne? Hast du das nicht gemacht, vielleicht findest du ihn heute und was weiß ich. Aber das ist so ein bisschen das Problem, was häufig immer gesagt wird, ist doch nicht schlimm, wenn zum dritten Date kein Kuss war. Ja, es ist keine Red Flag, so, ne? Aber es deutet halt häufig darauf hin, dass der Mann einfach entweder nicht weiß, was er tut oder nicht genug Interesse hat und das Ganze nicht vorangeht, so, ne? Meine Meinung. Aber das ist jetzt keine Red Flag. Du hast jetzt nichts falsch gemacht bisher nur, also gar nicht, ne? Und vielleicht kommt es ja auch auf Date 4, denkst du jetzt, so, ne? Ja, aber, also ich find Ende der 3, kein Kuss, find ich auffällig, ne? Auch wenn es jetzt keine Red Flag ist, ne? Für mich hat es sich grundsätzlich gut angefühlt, es waren keine Red Flags dabei, ja. Ich hab mir auch die Dates mit Freundinnen besprochen, um nichts zu versehen. Ja, aber habt ihr denn nicht besprochen, warum hab ich dich nicht geküsstet? Weil ich dann, weil dann Urlaub war, konnten wir uns erst wieder ein Date in zwei Wochen ausmachen. Dieses Mal hab ich vorgeschlagen, dass er zu mir kommt. Ja, gut, ich sag ja immer so, der Mann macht die Dates, aber gut, jetzt das vierte Date, dann sagst du mal und machst einen Vorschlag. Aber ich, ist alles gut, ist nichts falsch dran. Ich wollte nur sagen, was jetzt hier passiert, der Mann macht nicht hin, ne? Und jetzt übernimmst du das, was eigentlich, es muss jetzt nicht im Jendatingprozess sein, aber was eigentlich der Mann machen soll, der Mann sollte eigentlich, so wie sieht's aus, wann kann ich dich küssen, wann geht's weiter? Natürlich nicht stressig, sondern so laid back, ne? Aber schon, es sollte schon vorangehen, so, ne? Sag ich mal, wie James Bond, ne? Der ist immer laid back, aber es geht immer voran, es geht immer voran. Und da weißt du, wie du dran bist, so, ne? Und jetzt, weil er das nicht macht, machst du es jetzt. Sagst du so, hallo, kannst du mir kommen? Wann wird's denn körperlich? Was eigentlich der Mann machen sollte? Wie gesagt, das ist keine Red Flag. Weg, aber wenn wir es jetzt mal besprechen, es könnte auch, also, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie es weitergeht, könnte ich jetzt auch nicht sagen, hundertprozentig, wie es weitergeht, ne? Das ist jetzt nicht so ein klarer Fall, wo man jetzt genau weiß, wie es weitergeht, nur man kann es immer nur so in der Rückschau gucken. Und, ähm, ja, jetzt übernimmst, fängst du an, das zu übernehmen, so, ne? Die Progression und das ist eigentlich nicht, von der Polarität her läuft es nicht optimal hier, auch wenn es keine Red Flags sind. Aber, wie gesagt, wenn es jetzt Küssen gegeben hätte und alles und es wird vorangehen und du sagst, gibt's dann das Signal, jetzt können wir auch mal zu mir gehen, da ist jetzt nichts falsch dran, so, ne? Ähm, deswegen musst du jetzt nicht die Haare raufen, also, wenn wir jetzt mal gucken, wie es weitergeht, nur weil das jetzt nicht geklappt hat. Also, meine Erfahrung ist, ich habe ja auch viel gedatet, das ist ganz häufig, dass man einfach denkt, das macht einfach keinen Sinn, ne? Also, ich weiß noch, also mein letztes, äh, Online-Date, was ich hatte, das werde ich, glaube ich, echt nie vergessen, ähm, da hat die Frau mir, da hat mir Mittagessen und die hat mir gesagt, wie ab, wie toll sie mich findet, also, sie müssen unbedingt sofort zweites Date ausmachen, sofort, das ist, das ist mega. Und haben mir abends geschrieben, äh, ne, der Vibe wäre nicht so da gewesen. Und da habe ich mir echt gedacht, so, also, das ist, ich tue es mir aber nicht mal an, ich tue es mir aber nicht mal an. Ähm, und wie willst du das verstehen? Das kann man nicht verstehen, das ist, das ist, wie die Menschen heutzutage sind, weiß ich nicht, vielleicht seit Corona heute auch noch schlimmer. Was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, das, vielleicht hat die, man weiß es nicht, das ist auch uninteressant, das ist, man will es auch gar nicht wissen, ne? Ähm, ähm, so, was kommt jetzt? Er erwiderte, dass er lieber auf ein Bier in ein Lokal gehen würde. Patsch, das ist wirklich kaltes Glas Wasser, in the face, du willst mich einladen, um mit mir körperlich werden, ich gehe lieber ein Bier trinken. Was heißt das? Äh, naja, das hat kein Interesse an dir. Das hat, das, jetzt ist es leider, wenn man auch noch nicht so weiß, ist er vielleicht einfach nur ein bisschen schüchtern, dich zu küssen, aber kein Mann sollte so schüchtern sein, dass er eine Frau beim dritten Date nicht geküsstet hat, das ist an sich schon nicht, ist an sich schon echt super unoptimal. Vielleicht haben Männer heutzutage manchmal Angst davor, die Progression zu machen, aber nee, es ist jetzt das, er, jetzt zeigt sich, er hat einfach kein Interesse und ich würde es dir gerne erklären, ich kann es dir aber nicht erklären, weil er hat dich kennengelernt, er fand dich gut, er wollte deine Nummer haben, er hat dich gedatet und jetzt hat er kein Interesse mehr, es macht keinen fucking Sinn. Ne, also beziehungsweise macht keinen Sinn, dir fehlen wahrscheinlich Informationen, vielleicht hat er in den zwei Wochen andere Datingprozesse gestartet, die jetzt Priorität haben, also man weiß es nicht, aber der Drops ist leider, ist auch dieses Pferd totgeritten, ja, aber das ist so, ne, munter putzen, weitermachen, du hast nichts groß falsch gemacht, ich würde nur ein bisschen mehr auf die Progression achten in Zukunft, aber wie gesagt, das ist keine Red Flag und das heißt nicht zwingend, dass man den Prozess hätte abbrechen müssen, viele vormachen es automatisch, wie gesagt, aber ja, also insofern musst du jetzt auch nichts groß vorwerfen, so, ne, sonst noch mal gucken, was jetzt passiert, ne. Irgendwer hat das eine totale Angst ausgelöst, weil ich mir nicht erklären konnte, weshalb er mein Angebot nicht annehmen wollte, ne, das fühlt sich vielleicht an wie Angst, aber das ist einfach das Ego, was gekränkt ist. Ähm, ich kann es verstehen, muss eigentlich sagen, dass es für Männer absoluter Alltag ist, sowas zurückgewiesen zu werden da und ja, und da geht, stirbt auch, stirbt auch Frauen nicht dran, also es passiert halt, ne, nicht jeder will einen und das heißt aber nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast, aber das ist genau, was ja auch vielleicht noch so ein Leftover ist von diesen toxischen Beziehungen, dass du, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder und, äh, und dann will man unser Gehirnblatt dann immer auflösen und geht dann wieder in Kontakt, obwohl es eigentlich nicht notwendig ist. Also hier wäre so Manöverkritik, nicht in Kontakt zu gehen, sondern zu sagen, äh, alles klar, Date abgesagt, du bist raus, das wäre jetzt der nächste Schritt für dich, das ist, das ist ja ein Prozess, diese Umprogrammierung des Liebeschips und härter werden, kühler werden, ja, abgesagt, du bist raus, nicht mehr, auch gar nicht mehr ärgern, auch keine Angst kriegen, das wäre jetzt so der nächste Schritt für dich, sondern einfach sagen, okay, was für ein Depp, äh, also man darf ja auch mal sauer sein, äh, was für ein Depp will ich nicht haben, äh, geht lieber ein Bier trinken, was für ein, also ist auch, ich ist, ich meine, es macht wirklich, also ich sag dir ganz ehrlich, es macht wirklich keinen Sinn, selbst, also selbst bei wenig Interesse nehmen viele Männer durchaus eine schöne Nacht mit irgendwie so, also, und er findet dich ja schon, sonst hätte er dich ja nicht in der Nummer gefragt, also es macht wirklich keinen, keinen Sinn, aber das ist dann tatsächlich in der Zusammenschau, wird es tatsächlich so eine Red Flag, weil Datingprozesse, die keinen Sinn machen, sind eine Red Flag, also, du weißt es nicht, vielleicht nehmen die Drogen und das ist ihm wichtig, also, äh, du weißt es einfach nicht, ne, also, keine Ahnung, oder es ist so ein Bad Guy, der einfach drauf scheißt, also sowieso fünf, aber der hätte wahrscheinlich mehr Progression gemacht, ne, ich kann's dir nicht sagen, ich weiß es nicht, ne, ich hab mir erklärt, dass ich vor Unsicherheit bin und gerne klare Verhältnisse habe, die hast du eigentlich schon, also, das ist, oder man kann auch sagen, das ist dein inneres Kind, was da jetzt kommen, ist auch letztlich wurscht, also, da wäre so Manöverkritik, lass das in der Zukunft, lass doch die Leute ihren, ihren Dampf-Fuck machen und wie auch immer man das nennen soll und, ja, sagst du auch, okay, ich hab auf diesen Kindergartenkram keinen Bock mehr, aber du brauchst da, ähm, musst da nicht hinterhergehen und fragen, warum und wieso, ne, ähm, gut auf mich selbst achtgeben zu können, ja, du suchst jetzt eine Gründung, wo du anrufst, wie gesagt, das ist total verständlich, aber komplett, macht überhaupt keinen Sinn, ne, weil das, was Verhalten, was du jetzt zeigst, ist ein typisches Beziehungsverhalten, ne, du machst dich verletzbar, du gehst in emotionalen Kontakt, du möchtest sozusagen Streit widerschlichten, aber ihr seid noch gar nicht zusammen und in der Datingphase macht das, wo noch gar nichts passiert ist, macht das einfach keinen fucking Sinn, einfach, einfach abbrechen und fertig. Äh, das Gespräch lief gut, am Anfang geschieht er etwas irritiert, aber dann konnte er es gut nachvollziehen, meinte, das ist okay und er gehe gerne zu mir zum Kochen. Am Abend kam dann eine lange Nachricht von ihm, dass er es ihm leidtue, aber er könnte mir nicht geben, was ich suche und wollte mich nicht mehr sehen. Ja, das ist jetzt, was passiert, das ist eigentlich genau wie in, wie in toxischen Beziehungen auch, es ist jetzt nicht toxisch, aber du, du gehst auf ihn zu und du kriegst die nächste Klatsche, ne. Ähm, weil er, sein Verhalten hat einfach schon gesprochen und jetzt hast du sozusagen überredet und jetzt hast du noch eine zweite Verletzung obendrauf, über die, über die erste, das würde ich dir halt gerne ersparen in der Zukunft, so. Und warum und wieso, ähm, wie gesagt, vielleicht gehen noch ganz komplizierte Gedanken in seinem Kopf rum, vielleicht denkt er, du suchst eine feste Beziehung, hat jetzt aber, vielleicht meint er es auch wirklich gut mit dir, hat es aber in diesen Dates festgestellt, das passt nicht, dann will ich auch gar nicht mit ihr ins Bett irgendwie, äh, dann bringen wir es lieber gar nicht weiter irgendwie nur, warum dann drei Dates machen und nicht nur eins und das war es mir ja eigentlich relativ schnell und, also ich, was soll ich. Ich bin ziemlich irritiert, der anfänglich die Initiative ergriffen hat, der verlässlich war und die Dates sich gut angefühlt haben, jetzt bin ich mir unsicher, ob ich ihn verschreckt habe, weil ich ehrlich war, ne, da hat schon vorher irgendwas ist da passiert, was wir nicht wissen, aber du brauchst dir nicht unsicher sein, sei, weiß ich nicht, mach dein Verhalten nicht so von dem Verhalten von anderen abhängig, ne, kannst trotzdem in dir sicher sein. Äh, vielleicht hat er mir eine völlig verunsicherte, unsexy, crazy lady gesehen, ich weiß, dass nach so einer langen, toxischen Beziehung, wie du hattest, das Selbstbewusstsein ist am Boden, achte mal die Selbstbehauptungstraining, was jetzt kommt, aber das ist ganz normal und du gehst jetzt wieder auf den Datingmarkt, du bist verwundbar und es ist aber nichts passiert, es ist nichts Schlimmes passiert, es ist einfach nur ein bisschen kränkend jetzt und stell dich nicht so in Frage, einfach runterputzen, weitermachen, ne. Irgendwie macht Daten so halt wenig Spaß, wenn man sich an die Regel hält und mal eine gesunde Beziehung versucht anzubahnen, ja, aber auch eine gesunde Beziehung braucht Progression und das Ende zum Wiederholten mal nach drei Dates, sorry, das geht ganz vielen Menschen so, willkommen auf dem, willkommen auf dem Datingmarkt 2023, das geht nicht nur dir so, das ist normal, mach dir nicht so einen Kopf, ne, wenn du frustriert bist, machst ein bisschen Pause und dann geht's weiter, ne, lass dich mal nicht so schnell entmutigen. Äh, freu mich mal mit der Antwort, beste Grüße, Agnes Towskola-Skola. In diesem Sinne, äh, wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben. � Bist Und Bis zum nächsten Mal.